Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Skylanders Superchargers. Beim letzten Mal sind wir hier in diesem ersten Buch angekommen, das Buch der Finsternis. Und die Aufgabe des Buches ist, dass wir zum Tempel gelangen sollen. Mal schauen, wie schwierig sich das gestaltet. Wie sch... als wie... als wie schwierig dich... was? Als wie schwierig das... äh... Alter. Ihr wisst, wie ich meine, ne? Mal gucken, wie schwer das ist. Das Gute ist, wir können uns mit dieser Fähigkeit healen. Das haben wir im letzten Part beigebracht bekommen. Ist zwar sehr... Alter. Ist zwar sehr OP, aber mein Gott. Das Ding ist echt... wir dürfen echt überhaupt nicht runterfallen. Obwohl, hier darf man's. Ich wusste es doch. Warum sollte da sonst ne Münze sein, ne? Es musste quasi ein Secret sein und es ist ein Secret. Und zwar hat Secret... Das hat eine ganz... ganz kleinen, winzigen, süßen Truhe. Hm. Mit Gold gepflastert. Du kannst dir Schriftrollen im Spielraum der Akademie ansehen. Liebes Tagebuch, das Unheb... Das gucken wir uns in der Akademie an. Nicht hier. Ne, es gibt ja noch andere Bücher von Chaos, die wir kaufen können. Und wie gesagt, das kommt alles am Ende und... Vorlesen werde ich das alles am Ende des Let's Plays. Alter, ich find's grad ein bisschen scheiße und verbargt, dass man da runterfällt. Seht ihr das? Man kippt da immer runter. Das ist nicht normal. Immer an der... immer an dieser Kanzi... Das ist so... das ist behindert. Das ist behindert. Ohne Scheiß. Ich versteh das nicht. Warum ist das denn so? Ja, diese Golems konnten wir schon im letzten Part sehen. Aha, das stimmt. Ciao. Ja, wir haben auch im letzten Part gelernt, dass wir auf Gegner draufspringen können. Und das macht die ganze Sache, Gegner zu besiegen, schon viel einfacher. Und das werde ich zunutze machen, Leute. Das kann ich euch sagen. Das mache ich mir sowas von zunutze. Mich zu healen, auf Gegner draufzuspringen, um sie zu besiegen, das werde ich nutzen. Ich meine, es ist ein vom Spiel gegebenes Recht. Und das nutze ich. Auch wenn es nubig ist. Die Sachen hier im Spiel oder die Stellen hier im Spiel werden nicht einfacher. Ich sag's euch. Und da muss man zu solchen Mitteln greifen. Das ist doch behindert. Ohne Scheiß. Du kippst da runter. Das ist nicht normal. Oh mein Gott, Skilla. Na, na, was ist denn da um? Na. Bestimmt wieder eine Truhe, ne? Das kann ich mir so vorstellen. Ne, aber ein Geschenk. Ein Geschenk. Und zwar eine Melone. Oder der Pastetenhut. Oh mein Gott. Ein gar wunderbarer, sirhafter Pastetenhut. Wahrlich sirhaft. Ihr seht auch, ne? Das macht alles so krass viel Schaden, wenn man auf die drauf springt. Das ist nicht normal, Alter. Und nein, auf die springen wir jetzt zuerst drauf. Denn du sorgst dafür, dass diese Gegner hier vervielfältigt werden. Diese, ich nenne sie mal Golems. So kann man sie, denke ich, mal nennen. Was ist das hier im Hintergrund? Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, der Golem. Du bist so ein scheiß Healer, ne? Du bist so ein scheiß Healer. Stirb. Die können aber nichts machen. Die bleiben da stehen und... Äh, äh, was? Was geht denn hier ab jetzt? Guck mal an, was da ist. Seht ihr das? Man kann sich da unten fallen lassen. Tja, drei Mal dürfte raten, wo ich jetzt hingehe. Richtig, nach unten. Und wieder eine Secret-Truhe. Und wie ich es im letzten Podcast schon gesagt habe, dieser Grafikstil hier in diesen Büchern sieht übelst krass nach Super Smash Bros. 3DS aus. Aber so richtig krass. Tja. Geldgeile Opfer. Ja, Golem, ich komme gleich auf dich zu. Die Skyländer kämpfen sich ihren Weg durch die Gefahr. Ihr seht, wir können zwar auch so kämpfen, kriegen aber voll auf die Fresse. Und naja. Das mache ich doch lieber so. Dass ich auf die drauf springe, verdammt. Oh, habt ihr das gesehen? Dieser Ausweich-Skill. Meine Güte. Oh, diese... Was sind das für Kugeln, die dieses Monster da legt? Du... Was? Ich muss sagen, ne? Ohne Scheiß. Diese Buchstellen sind zwar schön anzusehen, machen Spaß. Aber was mir den Spaß nimmt, sind diese Sachen, dass man einfach so da runterfällt. Weil es echt nicht gut ausgearbeitet wurde. Ne? Man fällt einfach runter. Und ein großer und schrecklicher Schatten brach aus der Feste hervor. Er brüllte mit einer tiefen und boshaften Stimme. Ich bin zurück. Fürchtet mich. Gehorcht mir. Ich bin die Finsternis. Schade. Ich dachte, Sparta. Ich habe immer nur gehört, dass es die alten waren, die die Finsternis in die Skylands gelassen haben. Aber ich habe noch nie was gehört von einer Finsternis-Rissmaschine. Wir wissen immer noch nicht, wie sie sie am Ende besiegen konnten. Wir müssen weitersuchen, Skylander. Und zwar... Vielleicht hat ja einer der anderen was Nützliches gefunden. Toll. Ja, das können wir leider nicht machen, ne? Kaylee, weißt du Bescheid? Das musst du von deinem Besten wissen. Wobei ich... Was ist denn jetzt die Quest? Wir müssen immer noch diese Bibliothek untersuchen. Da ist aber keinesfalls die Rede. Was denn? Ich habe noch nie so viele Bücher auf einmal gesehen. Tja. Du bist ja auch nur im Internet aktiv, ne? Kennst du auch gar keine Bücher? Soll ich dir mal erklären, was Bücher sind? Bücher kannst du lesen, junges Fräulein. Ja? Früher, vor 30 Jahren, gab es kein Internet. Beziehungsweise es gab kein Internet. Ne. Wobei... Versuch es hiermit. Die Attacke der Morgenlichtschwadronen. Da geht es um einen Elite-Trupp von Kampfpiloten, die sich der Übermacht des Bösen stellen. Sieht recht turbulent aus da drin. Ruf besser ein Himmelsfahrzeug, wenn du nachsehen willst. Ja, das kann ich ja nicht. Kann ich trotzdem da reingehen? Ach, schade. Du hast nur mit deinem Himmelsfahrzeug richtig genießen, Skylander. Glaub mir. Dass sie einfach so behindert winken muss, ne? Also sie ist... Hallo! Ich bin... Ich bin Flynn! Guck mich an! Meine Güte! Skylander, sieh dir dieses Buch an! Wer hätte gedacht, dass Hilfe so wichtig ist? Ja, ne? Sir, Internet und so. Volls heiße! Super! Ich mag Hintern versohlen! Ja, ich mach schon. Ich mach schon, Flynn. Ich weiß. Geh an die Snackbar. Ich mach das schon. Buch 3. Wir haben halt so einmal rübersprungen und das war bekanntlich das Buch des Luftfahrzeugs. Erreiche den Gipfel des Alten! Ich merke schon. Eine sehr furiose... ...elemente sind in dieser Zone stärker. Eine sehr furiose und feuermäßige Gegend mit diesen verdammten Geistern, die sehr oft vorkommen. Öfter, als ich mir erträumt habe. Ich dachte echt, dass es nur im Land der Gespenstergeister gibt, aber... Naja, ihr seht, die kommen auch jetzt hier vor. Hätte ich da mal meine Verbesserung rein investiert und... Oh, das krasse Schaf gönnt uns Erfahrungspunkte bis zum geht nicht mehr. Können wir eventuell mit Level 14 schon die 1000 KP knacken? Autsch. Oh, was bist du denn für ein Vieh? Scheiße. Es prallt ab, oder? Ich glaube, es hat dagegen keine Chance. Gut, dann scheißen wir da drauf. Oh! Wunschstein! Oh, diese Spannungsaufbauende Musik! So muss das sein. So. Nicht mehr lange und wir werden Level 13... äh, Level 14 sein, meine lieben Freunde und Kinderchens. Das dürfte nach diesem Gegner wahrscheinlich passieren. Stufenaufbauende Musik! Yes, man! Und, und? 998 KP heißt, leider haben wir noch keine 1000 KP, aber die 2 KP ist doch vollkommen egal. Ich würde aber sagen, Leute, lasst uns doch mal Stealth 11 nutzen. Denn die ist jetzt auch wieder leicht unterlevelt. Leise, aber tödlich. Level 12, ne? Sie hat's nötig, meine Freunde. Unsere Gute. Reichlich heimlich. Reichlich heimlich, genau. So sieht's aus. So, ne, ihr seht, es kann doch nicht sein, dass DK mit Level 14 doppelt so viele KP hat wie Stealth 11. Das kann mir doch keiner erzählen. Wie gesagt, ich denke halt, DK ist halt so ein Tank. Deep Dive Grill Gilgrunt. Neue Karte freigeschaltet. Sturm der Meere. Schauen wir uns aber nicht an. So, dann ab da hoch. Stirb, stirb, stirb. Dankeschön. Die Frage ist, wie viel Schaden wird es machen, wenn wir als, wenn wir als Stealth 11 auf die Gegner drauf springen. Ah, ihr seht, 100 Schaden. Bei jedem Gegner? Ja. Bei jedem einzigen. Oder einzelnen. Besser gesagt. Okay, lass uns mal da hochgehen. Ich bin echt mal gespannt, was da oben ist. Wobei. Wobei. Lass uns das mal runtergehen. Frag's, was ist denn hier Tolles, ne? Gibt's da unten noch irgendwas Schönes? Ja, ja, guck an, guck an. Richtig, so ist es. Verbesserungen kosten Geld. Hot Street Kopfteil plus 10 Rüstung. Oh, ich will mal so einen richtig krassen Rüstungshut haben, der einem so 50 Rüstung spendiert. Das wär mal geil. Und das würde Stealth 11 weiterhelfen, nicht so schnell auf die Fresse zu bekommen. Das würde sie zu dem Tank machen, der sie immer sein wollte. auch da wieder einige Golems und andere Konsorten an Gegnern. Autsch. Autsch. Da spring ich halt genau rein, ne? Zum Glück aber gibt's hier eine Menge von... Fuck. Fuck. Es gibt halt mal so keine Phase von Stealth 11, dass wenn sie getroffen wird, dass sie für einen kurzen Moment unverwundbar ist. Das gibt es hier in diesem Spiel gar nicht. Scheiße. Ey, ich hab einfach mal mit Stealth 11 gar keinen Bock mehr. Das ist doch unnormal Scheiße mit der. Ey, Junge. Ey, ohne Scheiß, Mann. Das geht mir gerade so auf die Eier. Es kann doch nicht wahr sein, dass Stealth 11 mal nichts aushält, Mann. Was ist denn das? Wie komm ich da hoch? Junge. Junge. Lass mich da hoch. Ach, natürlich. Eben mit Stealth 11 konnten wir nicht hier hochgehen, ja? Da ging es nicht. Da war die Höhe auf einmal zu groß. Aber mit DK geht's auf einmal. Ihr habt doch gerade eben gesehen. Wir haben mit Stealth 11 auch versucht, über dieses Sprungteil hochzukommen. Es ging nicht. Und jetzt auf einmal mit DK geht es. Natürlich, Spiel. Natürlich. Tut mir leid, dass ich es nicht 1000 Mal ausprobiert habe. Das ist echt behindert. Das regt mich gerade so auf, ne? So, der Gipfel ist erreicht. Ich meine, was sollen wir denn machen? Sollen wir, äh... Silberh插いい. constructed Golded in Umf Ek. Okay. Okay. Hey. grown up. Nice. Ja, das können wir ja nicht nutzen, ne Ne, aber wisst ihr Ich find's einfach nur kacke Schrei nicht so Ne, ich find's so behindert Stealth 11 lebt 2 Minuten und stirbt einfach wieder Das ist so kacke Soll ich mich mit Stealth 11 da 30 Stunden hinsetzen Damit ihr Level 30 erreicht und 1000 KP hat? Geil Geil Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Hugo, alles gut? Das tun wir, meine Freunde, das tun wir! Das tun wir, meine Freunde, das tun wir! Das ist ja cool! Okay, das ist, das ist cool! Das ist, ey, das ist ganz, das ist eigentlich voll cool, Alter! Dieses Ausweichgedüns, das kennen wir aus, äh, zum Beispiel Super Mario Land, falls ihr das gespielt habt, ist ein ganz kleines Gameboy-Spiel Wo es darum geht, dass, oh fuck Dass Mario in so einer, in so einem Paralleluniversum war, also es war nicht im Pilzkönigreich Auf jeden Fall geht es darum Es gibt in der zweiten Welt, glaube ich, einen Boss-Gegner Wo man mit Mario in ein Raumfahrzeug steigen musste Und dann das hier gemacht hat Nichts anderes tut man in solchen 2D-Sachen Ne? Scheiße Einfach dieses 2D-Ausweich-Spielchen, das ist so cool Das ist einfach so cool Ich steh da voll drauf Ich kann... Nein, das wollte ich gar nicht Ich kann zwar nicht irgendwie... Weiß ich nicht Ich seh da keine Lebensanzeige Wahrscheinlich müssen wir es hier einfach nur überleben Und dann haben wir es geschafft, aber Dennoch Es wäre mal cool, wenn wir hier auch mal eine Lebensanzeige sehen würden Weil da weiß ich ja gar nicht, ob ich der Finsternis jetzt Schaden zufüge oder nicht Und das Ding ist auch Ich kann weder weiter nach vorne gehen Noch mich weiter zurücklehnen und nach hinten gehen Das geht nicht Ich kann hier höchstens mir jetzt für Aufgabe machen So viele Zahnräder wie möglich zu sammeln Das wär's dann auch so im Endeffekt Und ouch, das tut weh Fuck, ich sterbe gleich schon wieder Das kann doch wohl nicht wahr sein Konzentriere dich Konzentriere dich doch mal Wir haben es geschafft, oh mein Gott Das war am Ende, aber noch mal knackig Oho Na denn Die Zauberknilch-Bibliothek hätten wir abgeschlossen Und wir haben glaube ich sogar einen Portalmeisteraufstieg Und sind jetzt Stufe 9 Und wir können uns folgende Kräfte auswählen Zyklonschild Luftskalender erhalten in einer Luftzone Einen Schaden Erzkalender Er bringt uns ja nichts Wir haben weder einen Luftskalender noch einen Erzkalender Aber ich mach mal Erde Passt schon Wie hast du mich genannt? Was? Oh, Tessa und ein Vogel Hallo Machen wir, machen wir Okay Kapitel 24 Gefiederte Freunde Machen wir im nächsten Part Von daher, meine lieben Freunde Können wir uns im nächsten Tag Mit Tessa sprechen Und bis dahin würde ich sagen Haut rein Ciao